So war das, Pa. Und danach habe ich dich nie wieder gesehen. Verzeihung. Du musst dich nicht entschuldigen, Pa. Ich weiß von Mama, was der Grund für dein Weggehen war. Sie hat es so beschlossen, sie wollte dich nie wiedersehen, hat sie gesagt. Zuerst war ich traurig und wütend. Ich habe es nicht verstanden. Ich fand es so egoistisch. Sie denkt nur an sich, habe ich gedacht. Was ist mit ihrer Tochter? Sie wollte nicht, dass ihr Vater geht. Aber dann, irgendwann, konnte ich es verstehen. Sie hat diese Entscheidung getroffen, weil sie das Beste für uns beide wollte. Pa, ich sag dir noch was. In den ganzen Jahren hat sie nie ein schlechtes Wort über dich verloren. Deswegen war ich nie wütend auf dich.